Du hast aber auch auf alle geschossen, ey. Ja, kann es auch sein, dass du die Leichen gar nicht untersucht hast als Detective? Nee, er hat einfach geschossen. Du kannst dich nämlich weitergehend untersuchen, mehr als andere Spieler, damit wir mehr Infos bekommen können. Du bist komboliert. Ich bleibe jetzt bei der Tia, weil die wird mich nicht beschießen, glaube ich. Ich kann nur sagen, verschwinde, verschwinde. Wir stehen jetzt alle in dem Raum und die Erste, die wir sind... Boah, verschwindet doch einfach. Raus, ich bin doch dabei, aber die laufen ja alle hinterher. Juki, ich bleib mal bei dir, ne? Wer ist denn der Detective? Jujo, mach das. Also ich bin keiner. Wir müssen jetzt nur eine Waffe finden. Juki ist der Detective. Kannst du auch beweisen, dass ich unschuldig bin. Jetzt müssen wir nur noch Tote finden. Ja, wir sollten noch nicht lang gehen, sonst dreht ein Haufen durch. Okay. Wir sind schon zu spät. Was ist denn dunkel hier? Ja. Boah, ist auch der hier mit 15 Mann rum, oder was? Na klar. Das stellt die Sicherheit. Sicherheit durch Gruppe. Achso, wir laufen am Kreis. wo ist denn hier die gruppe ich habe ihn auch gerade gesehen keiner von uns ist der detektiv oder wem von euch kann ich trauen ich bin der detektiv aber du bist nicht da wo wir hier sind warum hat dieses gie weggehabelt das war das was wir miteinander reden warum schiehst du auf hier wo 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 da ist der dritte weil hier dran ab wer war es da hat jemand ich weiß ja ok ja ok das ist müh wow ich habe hier jetzt wum 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 ah ok den muss er kassen wie aber wie viel leben denn noch ich habe auch Angst wie kann man aber die gleichen aufhängen oder werden die dann am sehr gut zauber das hättet ihr doch von anfang an wissen müssen weil er meinte ich bleibe bei dir ich schieß nicht auf mich wenn du jetzt irgendwo rumgelaufen bist wollte ich dann irgendwas ne außerdem hast du die ganze zeit nichts gesagt das war voll auffällig ich sage kann man die gleichen jetzt effektiv verstecken 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 nein man kann sie untersuchen und dann vielleicht den trader herausfinden es ist nicht 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 nicht